Jo moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Kanal, äh zu einem neuen Video. Ich wollte euch nur kurz noch auf meinen neuen Kanal hinweisen. Das heißt, wenn ihr euch intensiv für Fußball interessiert und auf dem neuesten Stand sein wollt, was gerade in der Fußballwelt so abgeht, dann abonniert den Kanal, dann verpasst ihr keine Videos. Es wird jede Woche mindestens zwei Videos geben. Wir haben eine Bundesliga-Vorschau und, ähm, ja, eine Endschau, wenn man das so sagen kann. Auf jeden Fall werten wir aus, wie die Spieltage waren und was so passiert ist. Das heißt, wenn ihr auf dem neuesten Stand bleiben wollt, abonniert den. Ja, und damit habe ich eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ich wollte euch das nur ankündigen. Ja, ciao. Ich hoffe, wir sehen uns drüben.